nachdem ich letzte woche glaube ich regelmäßig vergessen habe zu filmen habe es jetzt diese woche noch mal versucht und ich habe es hingekriegt nicht ein essen habe ich vergessen aber mehr nicht und daher gibt es heute mal wieder ein schönes futter hallo ich bin koko vom kanal minimalistisch intuitiv vegan das vegan steckt ja bereits schon in meinem kanal namen drin und es gibt immer mehr vegane produkte im supermarkt ich versuche aber trotzdem nicht nur auf so ersatzprodukte zu beziehen ihr werdet aber sehen das sind ein paar diesmal dabei ich habe mal wieder so eine phase gehabt wo ich viel so wurst und so zeug gegessen habe also so brotbelag ist aber jetzt schon wieder so am abklingen denn so schönes vollwertiges essen gibt dir einfach wirklich mehr also so empfinde ich das im moment aber ich würde einfach sagen wir legen bloß mit montag ich habe letzte woche schon versucht ein futter re anzufangen und ständig vergessen so etwas versuchen muss diese woche noch mal es gibt in der frühen brötchen weil ich zum training je mit einer banane wasser kefir und hier gibt es noch mal tee und viel 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 unordnung so ist das bei mir gibt es heute einen bohnen eintopf mit kartoffeln und paprika und was ist noch drin zwiebel pilze ein bisschen das ganze ist mit räucherpaprika gewürzt und salz und bohnen kraut natürlich überall wo bohnen sind passt auch wunderbar boden kraut und das gönne ich mir jetzt so ich erst jetzt ein bisschen proteine mit kokosjoghurt ich habe den vom kaufland im moment den mag ich echt mega gerne so einer liebsten und dazu eine halbe nektarine ein bisschen walnuts und ich zeige euch mal das protein und zwar ist dass das hier das schmeckt gar nicht mehr so übel da kann ich empfehlen bei mir gibt es jetzt reste von gestern ich habe gestern ein chili sind keine gemacht mit dem weg von dm das lieb ich jetzt habe ich noch ein bisschen cashewmus dazu gegeben deswegen kleiner löffel und gabel bis das dauerei gemacht dazu esse ich ein stück brot das ganze ist kalt warum auch nicht kalt essen bei mir gibt es jetzt habe noch nie gegessen diesen konzert pure joy joghurt habe ich bei mir bei elika gesehen die natur gibt es irgendwie nicht habe ich mal den am start aber es gibt grisbrei und milchreis das wollte ich jetzt nicht das kann ich noch selber machen aber den probiere ich hier mal so wie gibt es jetzt noch den ein oder anderen keks ich habe spekulatius geschenkt bekommen und den kann ich mir jetzt so jetzt gibt es was gescheit zum essen und zwar risotto schön mit tomate mit paprika tomaten mark schön eingekocht frischer salat dazu basilikum lecker ich ist erzten brot mit senf und der wurst von edeka dazu trinke ich meine das kein fanta das ist das magnesium zitrat jawohl es gibt was zum mittag nur mit tomaten soße und vor kurzem hat mich immer angeschrieben der schon länger meine videos guckt und gemeint aber die gibt es mit nur mit tomaten soße das ist standard das ist tradition das muss so so ich habe gestern keine proteine gegessen und merkt ich tue mich schwer mit so aber ich versuche mich da schon ein bisschen zu zwingen jetzt mal wieder mein erdbeer cheesecake protein habe ich noch so ein bisschen also habe ich mit dem joghurt von lidl angerührt bisschen und die hafer drink paar walnüsse bisschen amaranth drin ich habe mir aus dem gyros fleisch von aldi süd hafersahne kichererbsen brokkoli habe ich mir so eine pfanne gemacht ist gar nicht schlecht geworden bisschen mandelensplitter habe ich auch noch mit drin so reste essen schlechte und einen rest dinkel hatte ich auch noch jetzt muss ich mir mal wieder dinkel kaufen weil das mag ich schon ganz gerne ab und zu mal ich esse wirklich selten frühstück und heute muss ich mal habe irgendwie hunger alles brot schon gegessen das ist der käse von rewe natürlich der vegane margarine drunter bisschen gurke dann mein wasser kefir einen fencheltee selbst gebrauten kommt buche das ist noch dunkel so bei mir gibt es jetzt kartoffeln und bisschen tomate die wird wahrscheinlich nicht so wirklich an aber fischkäse auf jeden fall bei mir gibt es jetzt mal wieder protein und zwar das cookies und cookies und cream das cookie von nutriplus mit ein bisschen walnuss einen glutenfreien kekse gibt so ihr habt da schon zwei davon gegessen und mein magnesium von dem ersten von gestern ist ein bisschen was übrig geblieben da habe ich jetzt so lust imitat von rewe ein ist es nicht dies nicht so gut wie die von edeka kann ich empfehlen ein bisschen mangelblättchen habe ich dann noch ein und ich habe nicht mehr so sauviel hunger ein berg essen wieder schön bratkartoffeln bunten salat aus radieschen gurke zwiebel tomate und die da hatte ich noch im kühlschrank das sind die von koro die sind ja mal eingeschweißt sind ganz geschickt eben eine weile und da esse ich jetzt ein ich habe mir eine seele gekauft die habe ich mit meinem veganen block mit dem schwarzen wisst ihr welchen den gibt es im lidl den gibt es aber auch bei den beschmiert ist meine lieblings margarine und dazu einen kaffee guten morgen frühstück bei mir gibt es einen selbstgemachten kombucha wasser kefir mit hinbeer dann protein mit ein paar nüssen ich habe aber auch so die quittimus drinnen das ist richtig groß war es ein paar blueberries in der seele und beste margarine von welt vorgibt von nature liebt die so ich habe jetzt heute mal ausnahmsweise eine richtig lange fastenpause gemacht bis um halb vier also ich hatte zum mittag nichts ich habe aber morgens gegessen und jetzt gibt es ein brötchen mit der leona wo es mit der vegan und vom edeka bisschen kräuterfrischkäse von lil drunter da habe ich noch eine scheibe rewe käse der butterkäse der ist echt gut und ebenfalls frischkäse drunter das legurke an menschen mein magnesium mein wasser kefir bei mir gibt es jetzt heute klopse und zwar so fleischküchle das ist diese mischung von lidl supergut bisschen zwiebel reingetan bisschen pfeffer selbstgemachten kartoffelsalat so wie wir es im süden essen heute schon sagen bayerisch aber wir sind hier um schwäbel endlich und eine halbe brezel guten morgen es gibt noch mal frühstückseele mit margarine wasser kefir dann tee das ist glaube ich der gewürztee von dm mit kurkuma genau und proteine mit kokosjoghurt das ist dieses erdbeer cheesecake immer noch habe ich immer noch ein bisschen banane bis hier nur sie hier hat es ist man hat zu mir leichter tendenz zum wurscht wecken momentan mag ich das recht gerne wieder frischkäse drunter sind beides doch sind bei das ist von rewe so eine salami alternative die nicht nach salami schmeckt und das ist diese leona vom edeka und dazu gibt es wieder ein wasser kefir heute lasse ich mir gut gehen es gibt es noch ein halbes brötchen mit cashewmus und kirchmarmelade und dazu einen kaffee bei mir gibt es heute so eine art reste essen rest nudeln rest kartoffeln dann was man noch so ein kühlschrank gefunden hat pilze ein bisschen brokkoli nudeln haben wir schon gesagt karotte ist noch drin hat so eine richtig schönes reste essen und dazu hast du noch ein bisschen tomatensalat der hat es nicht aufs bild geschafft die jungen kennt ihr diese fleischküchen von lidl diese veganen also zum selber anmischen von der eigenmarke das sicher irgendwo green force mit drin ich habe keine ahnung weil die beauftragen ja auch andere firmen aber die sind mega gut und die habe ich für mich und meine eltern gemacht und die fanden sind beide auch mega lecker bisschen zwiebeln reingemacht ein bisschen petersilie reingemacht und dazu einen schönen selbstgemachten kartoffelsalat und wir im süden machen das ja mit gemüsebrühe und essig ihr weiter oben erst das ja ehe so mit mayonaise und so dass ich ja für uns in der art verbrechen mehr sich macht den kartoffelsalat immer mit gemüsebrühe und essig und ein bisschen pfeffer und vielleicht eine gurke mit rein und das schön durchziehen lassen das schmeckt war mein lieblings essen in der woche ich würde sagen ich melde mich an der stelle ab bedanke mich bei die fürs einschalten gibt mir gerne einen daumen nach oben und hinterlassen in kommentar ich sage danke fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss